hallo ihr lieben ja jetzt hatte ich einige tage wenn ich sogar hatte ich mal ein bisschen zurückgezogen und ich habe gemerkt ich hätte jetzt auch wieder gründe gehabt kein video zu machen weil ich nicht gestylt bin weil ja das licht nicht passt la 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 weil der hintergrund meine kinder ja aber ich schiebe dieses video schon die ganze zeit vor mir her und habe jetzt das dringende bedürfnis mal tacheles zu sprechen die ungeschönte wahrheit mitzuteilen was bei der geburt passiert ich merke nämlich dass ich mich da die ganze zeit selber gedrückt habe diese wahrheit nicht nach außen zu tragen um irgendwelche menschen zu schützen weil die wahrheit schon relativ krass ist wenn man das mal verstanden hat was da eigentlich alles passiert bei der geburt und da geht es nämlich nicht nur darum was physisch passiert da geht es darum was auf seelenebene auf geistige energetische feinstofflicher ebene passiert und ich habe jetzt nicht mal ein skript ich kann mich jetzt nicht mal orientieren an irgendwelchen punkten die ich so mir vorher schon überlegt habe was es alles braucht um ja die information allumfänglich zu übermitteln und schauen wir jetzt einfach mal also wo fange ich an geburt männliche domäne wir hatten das habe ich in irgendeinem meiner ersten videos mal ausführlich erklärt und da bin ich unheimlich dankbar über meine erfahrung mit hypnobirthing manche von euch wissen ja ich bin hypnobirthing kursleiterin oder ich war es zumindest am anfang meiner geburt vorbereitungskarriere und ich bin unheimlich dankbar darüber über diese recherche die die mary mongen in ihrem buch hypnobirthing zur verfügung stellt da geht es nämlich unter anderem auch darum wie ja die geschichte ich meine der abschnitt heißt geschichte der frau bzw die geschichte der geburt und da geht es eben darum wie die geburt eigentlich in die krankenhäuser gewandert ist es ist noch gar nicht so lange her wenn wir überlegen wie lange es menschen gibt im vergleich zu dem wie lange die menschen ihre kinder plötzlich man muss sagen eigentlich plötzlich in der klinik glauben auf die welt bringen zu müssen damit ihre babys überleben und dann mit die frauen überleben und so weiter finde ich das recht erstaunlich denn keine ahnung wie viele hunderttausend jahre ist von menschen gibt geschichte war ich noch nie so der burner und spiel aber überhaupt keine rolle wir wissen dass die menschheit schon sehr sehr lange auf dem planeten erde weilt und dass sie auch schon genauso lange babys bekommt sonst wären wir jetzt nicht hier wissen wir wir sind nicht ausgestorben und witzigerweise die zeit wo es angefangen hat dass die geburten in die klinik abgewandert sind dass uns eingeredet wurde wir können nur noch in der klinik unsere kinder sicher auf die welt bringen das ist noch keine 100 jahre her oder vielleicht gerade mal 100 jahre und wie gesagt im verhältnis zu dem wie lange die menschheit schon existiert hey das ist ein witz ja und trotzdem versuchen uns menschen in diesem umfeld in diesem ärztlichen umfeld geburtsumfeld weiß machen versuchen sie uns weiß zu machen dass die geburt in der klinik ein absolutes nonplusultra ist dass es absolut notwendig ist und dass es nur dort sicher ist ich glaube ich habe in dem vorhin besagten video welches ich vor einigen monaten gemacht habe auch erläutert warum eine geburt in der klinik nicht unbedingt sicher ist und ganz ehrlich ich habe mich da auch immer davor gescheut klare worte zu finden weil ich ja dann gegen die schulmedizin zetere und hetze aber das tue ich nicht ich möchte hier ganz klar stellen dass ich die schulmedizin absolut für gerechtigt oder berechtigt halte aber die auswirkungen wie sie es tun wie sie es umsetzen damit bin ich nicht einverstanden ich bin nicht damit einverstanden wie ärzte und hebammen vertrauens- und sicherheitssuchende erstgebärende behandeln beeinflussen und ihr und beziehungsweise denen ihre selbstermächtigung und selbstverantwortung absprechen so von wegen ich weiß es besser komm ich zeig dir jetzt mal wie du dein kind auf die welt bringst weil das ist einfach der falsche weg das ist der falsche ansatz und wenn ich dann auch sehe welche ja auf welchem laufband sich viele viele schwangere befinden in dem moment wo sie schwanger sind und glaubt mir ich war auch auf dem laufband ich bin auch habe mich auch eingenordelt habe mich auch eingekauft in dieses verkopfte verärztete und verhebammte nein das nicht system und bitte wenn du jetzt als hebamme zuschaust ich habe keinerlei wie soll ich sagen aversion oder oder abneigung es geht einfach darum es gibt in jedem bereich es gibt in jedem bereich gute und nicht so gute und ich habe in allen von allen möglichkeiten habe ich erfahrung gehabt von einer hebamme die zu mir gesagt hat ich soll den frauen keine flausen in den kopf setzen die zu einer andere hebamme die zu mir gesagt hat hypnose ist teufelszeug wort wirklich und ja wo ich gedacht habe oh wow wir sind wieder im mittelalter gelandet und umgekehrt habe ich genauso wunder wundervolle hebammen kennenlernen dürfen die es verstehen oder verstanden haben um was es wirklich bei der geburt geht und die dann auch sagen hey du machst einen tollen job mach bitte weiter und ich kann mir jetzt raussuchen ja wo möchte ich mich wirklich einsortieren aber ich spreche jetzt wirklich von denjenigen menschen die im geburtsumfeld tätig sind ob das jetzt ärzte sind oder mitarbeiter krankenschwestern hebammen spielt überhaupt keine rolle die in den kliniken tätig sind und die ganz genau wissen welches kalkül dort angewendet wird um genau die schwangeren frauen während der geburt dahingehend einzunorden dass es vielleicht doch ein kaiserschnitt wird weil der kostengünstiger nein nicht kostengünstiger sondern wesentlich wirtschaftlicher ist oder dass dann irgendwelche wehen hämmer wehen verstärker angewendet werden damit die geburt vollkommen aus der kontrolle gerät und es gibt ich weiß es gibt kliniken da wird das gelebt da wird das praktiziert und da wird dann noch eine ärzteschaft an neulingen durchgeführt damit sie auch mal sehen wie schmerzhaft eine geburt wirklich ist damit sie jeder frau ins nähkästchen doch in das in das schatzkistchen gucken dürfen und wie erbärmlich ist es wie erniedrigend ist es für frauen die in diesem moment einfach nur einfach nur ihr kind auf die welt bringen wollen und einfach feststellen dass die wahl die sie getroffen haben richtig scheiße war ja also dieses video ist wirklich tacheles ich mache hier keine schön schön rederei sondern ich rede hier einfach mal tacheles und ich rede nicht von den wenigen ausnahmen wo es funktioniert in den kliniken und ich rede auch nicht von den pseudo ausnahmen von den frauen die glauben dass ihre geburt super war weil sie die erfahrung gemacht haben der arzt hat sich dann noch zum schluss auf meinen bauch drauf geworfen und noch mit geholfen zu drücken aber die geburt war super ich habe das alles schon erlebt ich habe das alles schon gehört und die frau hat zu mir gesagt die geburt war super war eine tolle geburtserfahrung freunde der nacht wenn ich sowas höre solche menschen haben keine null null information geschweige denn erfahrung vorstellung von dem was geburt sein könnte wenn sie wirklich wenn sie wirklich gut ist wenn sie wirklich gut ist der punkt ist das umfeld in der klinik ist typischerweise ein männlich geprägtes terren männlich geprägt weil es gibt vorschriften die müssen wir einhalten dann müssen wir gucken dann müssen wir kontrollieren dann müssen wir dies machen der patientin der schwangeren einen eine nummer geben die kleider teilweise entfernen sie von sich selbst entfremden und so weiter und so weiter es gibt in kliniken wenig raum wenig raum für eigene möglichkeiten wenig raum die geburt so zu erleben wie man sich das eigentlich wünscht wenig raum für entspannung wenig raum für eigene möglichkeiten und auch wenn es suggeriert wird ja du kannst deine kassette deine cd mitnehmen du kannst deine musik hören du kannst kerzen anmachen lalala kommen sie trotzdem rein und fragen penetrieren dich messen den muttermund was so schwachsinnig ist wie noch mal was anstatt dass sie raum geben das wäre eine weibliche geburt raum geben der patientin nein der schwangeren ja sie beim namen nennen ihr raum geben was brauchst du jetzt hey was braucht dein körper ja und nicht rumkommandieren und jetzt pressen und jetzt atmen und jetzt gehst du mal da in die position jetzt machst du mal das und jetzt drehst du dich auf den kopf weil ok witzigerweise das was ich jetzt gesagt habe ist alles vorgeplänkeln alles vorgeplänkeln der punkt um den es geht ist was passiert eigentlich wirklich bei so einer geburt da kommen wir ins heiße ja frittierfett sorry wenn ich jetzt mit irgendwelchen komischen metaphern um mich schmeiße aber in dem moment wo die geburt beginnt und leute ich habe gerade vor kurzem ich habe gerade vor kurzem war mal wann war es heute ist donnerstag am samstag letzten samstag waren wir und heute ist der neunzehnte neunzehnten ja wir haben heute neunzehnten august 2021 wir waren in einem biergarten und dort saß ein paar und hat auf ein anderes paar gewartet mit baby die sind gekommen das baby hat sich herausgestellt ist fünf wochen alt die mutter die frischgebackene mutter heraus gestriegelt und geschniegelt wunderschön anzuschauen und sie hat dann mit der anderen mutter darüber gesprochen wie die geburt war und das ist ein typisches prozedere es war eine erstgebärende die gemeint hat ja sie hat einen vorbereitungskurs gemacht traditioneller vorbereitungskurs und sie hat einfach gedacht ja das läuft jetzt so und hat dann festgestellt bei der geburt konnte sie null anwenden nichts nada und hat dann deutlich zu verstehen gegeben dass sie das ganze völlig unterschätzt hat wenn du jetzt vielleicht auch schon eine geburtserfahrung hinter dir hast hast du es auch unterschätzt vielleicht ich kenne so viele ich kenne spirituell energetisch hoch schwingende wirklich weit entwickelte menschen die geglaubt haben bei ihrer ersten geburt sind sie gut darauf vorbereitet und wurden dann eines besseren belehrt sind dann mit einer geburtserfahrung nach hause gegangen die wirklich nicht wirklich schön war die sie durcheinander gebracht hat die ihnen schmerz bereitet hat und die wirklich lange gebraucht hat sie zu verarbeiten und ich sage immer ich würde wirklich allen erstgebärenden genau das ersparen aber wenn sie nicht auf die idee kommen hilfe anzunehmen hilfe anzunehmen von jemandem der schöne geburt bereits erlebt hat selbst erlebt hat anderen menschen schon diese erfahrung gezeigt hat ermöglicht hat was soll ich machen das kind langt erster dann nicht mehr auf die herdplatte wenn es einmal festgestellt hat die ist heiß schade und es tut mir auch irgendwo weh und ich merke dass ich mir da auch einen schutzpanzer irgendwo angeschafft habe damit ich dieses leid letztendlich nicht mehr so an mich ran lasse aber ich finde es trotzdem schade ich würde mich freuen wenn da einfach mehr bewusstsein hinkommen würde damit eben dinge nicht geschehen und menschen in ihrem leben in ihrem zukünftigen späteren leben nicht getrennt sind von ihrem körper weil nämlich darum geht es wenn die geburt entsprechend mit stress behaftet ist sprich schmerz angst weil natürlich auch aus dem schmerz automatisch irgendwo angst hervorgerufen wird in der form wie lange dauert es denn noch überlebe ich das also in anführungszeichen überlebe ich das aber das sind existenzängste es sind wirklich überlebensängste ganz tief drinnen im unbewussten und ja genau wie lange dauert es noch schaffe ich das halte ich durch bis zu dem zeitpunkt wo man innerlich aufgibt wo man innerlich aufgibt und dieser zeitpunkt ihr wisst alle das kriegen mittlerweile glaube ich hat es mittlerweile schon jede schwangere mitbekommen oder jeder mensch der in dem umfeld schon mal erfahrung gesammelt hat alle emotionen gehen auf das baby über über die placenta der mensch ist so konstruiert dass emotionen gefühle hervorgerufen werden durch einen bestimmten hormoncocktail sprich die hormone ordnen sich so zusammen damit sie dir ein bestimmtes gefühl vermitteln und dadurch dass das hormone sind die in deinem körper kreisen kreisen diese hormone auch automatisch im körper des babys während der schwangerschaft seid ihr nach wie vor was heißt nach wie vor seid ihr durchgängig über die placenta miteinander verbunden und dieses wissen das haben viele schwangere aber sie wissen gar nicht was das letztendlich für eine auswirkung hat und wenn eine geburt in schmerz und angst erlebt wird auch wenn das die geburt ist aber genau das ist das nadelöhr wo das kind das baby nochmal durch muss um reif zu sein für die welt sei der trotzdem noch verbunden über die nagelschnur die placenta wird als letztes geboren wenn schon alles rum ist dann wird die placenta geboren und solange das nicht der fall ist gehen alle hormone die du erlebst die aus dem schmerz aus der angst aus dem zweifel aus dem nicht mehr wollen ja aus dem ich habe jetzt die schnauze voll ich will nicht mehr gehen ja automatisch über die placenta zum baby und das baby erlebt diesen schmerz auch gefühlt verstehst du das es geht nicht nur um dich bei der geburt es geht auch um das baby es geht hauptsächlich um das baby in dem moment oder wie oft ja oder in dem moment ich kann mich noch gut daran erinnern an meine erste geburt klinikgeburt ja nur ich habe glück gehabt nur vier stunden weil ich mich vorher vorbereitet habe auf eine art und weise die für mich und meinen körper gut richtig und sinnvoll war deswegen war ich vorbereitet und hatte nur vier stunden andere frauen liegen keine ahnung wie lange in den wehen und haben nonstop wehen weil irgendwie eingeleitet wurde weil der wehentropf aufgedreht wurde und so weiter ich kann sagen gott sei dank ja gott sei dank ich hatte nur vier stunden nonstop wehen nonstop schmerz ich wusste nicht mehr wie ich atmen soll ich wusste nicht wie lange ich das durchhalte und ich habe mir mehr als einmal gewünscht einfach zu verschwinden aus der situation und glaubt mir das sind extreme Momente wo der Geist sich wünscht aus dem Körper zu gehen vor lauter Schmerz und Qual und das überträgt sich auf das Baby und dann wunderst du dich oder wundern sich die Menschen warum die Menschen nicht verbunden sind über ihren Körper oder mit ihrem Körper wenn die Mutter bei der Geburt diese Höllenqualen durchlebt und aus ihrem Körper am liebsten flüchten möchte abhauen möchte sich trennt während der Geburt geistig emotional von ihrem Körper was glaubst du welche Auswirkung hat das auf das Kind was gerade geboren wird wie sehr möchte es dann flüchten wie sehr will es davonlaufen wie sehr wünscht es sich nicht hier zu sein wie sehr erlebt es in dem Moment die absolute Trennung von Geist vom Körper und ich sage in diesem Moment wird der Körper vom Geist des Babys getrennt und jeder der irgendwann rumläuft und sagt ich bin so verkopft ja ich weiß ich muss mehr in meinen Körper auf meinen Körper hören mein Bauchgefühl hinterfrage die Geburt hinterfrage die Geburt denn das sind genau diese Menschen die nichts mehr mit sich anfangen können die nichts mit ihrem Körper anfangen können die keine Intuition haben die kein Bauchgefühl haben die sich nicht auf ihr Urvertrauen verlassen können genau das passiert bei der Geburt ja und wer vielleicht aus kleinen Metaphern den Film der Goldene Kompass kennt mit Daniel Craig und der Nicole Kidman die Nicole Kidman ist da ich sag jetzt mal eine böse Hexe die alle Kinder von ihrem was ist das ist das ein Avatar keine Ahnung Seelentier ich weiß es nicht mehr wie jedes Kind hat einen ein Tier und diese Hauptdarstellerin das Kind hat einen Bären war das so ich müsste jetzt lügen aber jedes jedes Kind ist verbunden mit so einem Seelentier und diese Hexe in dem Fall die Nicole Kidman möchte ja die Kinder von diesem Seelentier trennen weil sie dann ganz genau weiß die Kinder sind machtlos und wie machtlos ist der Mensch egal wie alt wenn er von seinem Körper getrennt ist und nicht nur dass er getrennt ist von seinem Körper nein es geht da noch weiter in dem Moment wo diese Trennung stattfindet wo das Baby das Baby kennt ja noch gar nichts es ist ja noch ein völlig unbeschriebenes Blatt und das erste was es dann in dieser Intensität kennenlernt ist diese Qual dieser Schmerz und dieses ich will ja eigentlich weg ich will ja weg und dann kommt das Unterbewusstsein der Mutter noch dazu welches diesem Kind die Schuld gibt dafür dass der Körper meiner Besitzerin ja so hat leiden müssen und mag sein dass du jetzt sagst hey das ist doch alles Bullshit was die da erzählt okay das ist die kognitive Dissoziation dieses Nicht-Verstehen-Wollens von Wahrheit dieses Getrennt-Sein von Wahrheit Getrennt-Sein von Körper weil wenn du verbunden wärst mit deinem Körper würdest du die Wahrheit in meinen Sätzen in meiner Sprache Wissen Spüren Erfahren deswegen kann ich jetzt hier nur meinen größten Appell an alle an alle Schwangeren an alle Menschen die irgendwie im Umfeld sind mit Schwangeren mit Gebärenden kann ich nur sagen bitte besinnt euch wieder auf euren Körper beseelt ihn wieder kommt zurück verbindet euch mit ihm denn nur so ist es möglich eine wirkliche Veränderung hier in der Welt herbeizuführen und diese ganzen empathielosen Menschen auszurotten weil ich ganz ehrlich ich hab echt sowas von die Schnauze voll von diesen ganzen seelenlosen Wesen die da draußen rumrennen die getrennt sind die mit ihrem Körper nichts anzufangen wissen die keinen Spaß haben mit ihrem Körper die keine Freude haben mit ihrem Körper die ihre orgasmische Energie noch nie gespürt haben geschweige denn gar nicht wissen dass sie orgasmische Energie sind dass sie unendlich energievolle Wesen sind und diese Menschen diese Wesen die ich jetzt gerade benannt habe einen Riesenteil dazu beitragen dass die Menschen so abgekapselt voneinander sind so empathielos so lieblos gegenüber anderen so egoistisch so monetär ausgerichtet dass eigentlich das wahre Leben das wahre beseelte Leben überhaupt keinen Platz mehr hat hier auf der Welt so so Tacheles Wahrheit Wahrheit ist manchmal nicht schön aber notwendig wie gesagt ich habe mich lange gedrückt diese Wahrheit auszusprechen und ja ich hoffe du kannst was damit anfangen ich hoffe es fällt auf den ein oder anderen nährvollen Boden sodass einfach wieder alle Schwangeren aufwachen und hinterfragen ob das was sie in den Kliniken erleben erfahren sollen richtig ist ob das weiblich ist ob das das weibliche unterstützt ob das Raum gibt zulässt für eine absolut weibliche Geburt in Entspannung in Sanftheit liebevoll in höchster Energie in höchster Ekstase dieses empfangen zulässt diese wundervolle Seele dieses Licht zu empfangen zulässt und wirklich empfangen zulässt nicht kriegen ich kriege jetzt mein Kind nein ich rede hier von empfangen wahrlich empfangen mit meinem ganzen Körper mit meinem ganzen Sein mit meiner ganzen Herzenswärme mit meiner Liebe dieses neue Licht empfangen da schließt sich der Kreis alle Kinder die in einer solchen Umgebung auf die Welt kommen die sind bewusst die gucken dich an und dir schau das weil du spürst dass die da sind mit ihrer vollständigen ja mit ihrem vollständigen bewusstsein mit allen Anteilen da hängt nirgendwo ein Anteil noch irgendwo fest oder ja sind abgespalten Nein diese Kinder schauen dich an mit ihrer vollen Präsenz und du weißt einfach die sind da und diese Kinder verändern die Welt diese Kinder verändern die Welt die machen die Welt zu einem besseren Ort wenn du möchtest dass dein Kind genauso ist genauso sein volles Potenzial lebt mit dieser hundertprozentigen Präsenz anwesend ist hier in dieser Welt und dadurch die Veränderung ist die die Welt braucht dann los los jetzt also ich wünsche euch alles Liebe ein gutes Verstehen Verarbeiten meiner Nachricht und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao